Die europäische Windenergieagentur IVEA veröffentlicht heute aktuelle Daten, die einen deutlichen Ausbau der Offshore-Windenergie und in Europa bestätigen. Der ganzjährig vor der deutschen Küste produzierte Strom wird damit zu einem verlässlichen Eckpfeiler der Energiewende. Laut der Statistik wurden im ersten Halbjahr in Deutschland 21 neue Offshore-Anlagen installiert, zusammen mit einer Leistung von 105 Megawatt. Das ist mehr als im gesamten Jahr 2012 installiert wurde. Insgesamt drehen sich damit in Deutschland 385 Megawatt Offshore-Leistung. Ganzjährig produzieren diese klimaneutralen Strom. Der Ausbau im ersten Halbjahr zeigt ganz klar, dass die Offshore-Windenergie in Deutschland weiter an Fahrt gewinnt. Wir bauen ja gerade noch weiter an sieben Windparks in der Nordsee und damit wird die Offshore-Windenergie zu einem verlässlichen Eckpfeiler in der Energiewende.